willkommen zum dritten tag jetzt geht es weiter ich habe heute das buch bekommen das habe ich jetzt schon ein stück weit reingelesen man sieht auch schon was ich alles gelesen habe also sind jetzt nicht viele seiten aber das ist schon einiges bringt auf jeden fall viel mit sich so jetzt heute wieder die liegeschütz challenge mal gucken ob ich das wieder schaffe und zwei eine halbe minute vor dem ende ist damit ich den video voll bekommen so 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 Okay. Ich habe jetzt zwar erst zwei Minuten gebraucht für das Video, aber kommt auf jeden Fall hin. Also wenn ihr irgendwann mal jetzt auch die Liegestütze anfangen würdet zu machen, einfach folgen. Ich weiß nicht immer, wann ich das am Tag mache. Vielleicht gibt es auch mal feste Zeiten. Ich würde auf jeden Fall reinhauen. Also, man sieht sich. Gute Nacht. Euer Action Anthony.